Patienten kommen zu mir und erzählen mir oft, dass sie den jeweiligen Film gesehen haben und darüber, dass Interesse geweckt wurde. Das passiert immer wieder, ja. Mein Name ist Dr. Med. Michael Hertzsch. Ich bin Urologe. Ich habe mich irgendwann dazu entschieden, Videos von meiner Arbeit und mir selbst zu veröffentlichen, weil ich denke, dass dieses Medium dem Patienten die Persönlichkeit des Arztes sehr gut nahe bringen kann und ihm auch die Entscheidung, wo er sich behandeln lässt, möglicherweise erleichtert. Die Videos werden eingesetzt, einerseits auf YouTube, aber andererseits auch auf meiner Homepage. Ich habe nun in den letzten Jahren mehrere Filme mit Johannes gedreht und bin von ihm wirklich sehr begeistert. Einerseits finde ich, dass er sein Handwerk wirklich gut versteht. Er weiß auch wirklich, worauf es ankommt. Bisher waren die Reaktionen sehr gut, ohne Ausnahme. Ich denke, dass diese Videos in jedem Fall Sinn machen. Erstens werde ich von den Patienten darauf angesprochen. Zweitens kann man das, was man tut und auch seine Persönlichkeit besser darstellen und sehr authentisch auch rüberbringen. Und ich denke, dass man damit auch ein wesentlich größeres Publikum erreichen kann. Deshalb bin ich sehr zufrieden und werde mit Sicherheit die Zusammenarbeit auch weiterführen. Jetzt ist er rot geworden.